hallo liebe freunde und anhänger der elliott-wave methode heute ist ein schöner sonntag am 28 8 2022 und dieses video ist ganz kurz denn es ist nur eine ankündigung eine ankündigung für ein video welches ich vielleicht noch heute aber auch vielleicht erst in den nächsten ein bis zwei tagen mache denn es fällt mir gar nicht so leicht dieses video zu machen ich werde darüber sprechen welche vorgeschichte elliott waver punkt live hat mein langjähriger freund und weggefährte rüdiger maas ist vor kurzer zeit plötzlich verstorben und uns verbindet eine jahrzehntelange freundschaft und begeisterung für die elliott-wave methode und wer rüdiger maas ist viele die die elliott-wave methode kennen kennen natürlich auch rüdiger maas aber vielleicht nicht jeder sie können ja mal elliott waver bei youtube eingeben oder auf die seite elliott waver punkt de gehen dort hat er seine analysen bis in den juni hinein veröffentlicht ja und ich werde dieses video machen sozusagen weil es mir ein bedürfnis ist aus dankbarkeit für rüdiger für die gemeinsame zeit die wir haben durften und um das was er uns an wissen und erfahrungsschatz hinterlassen hat zu würdigen also seid gespannt freut euch und ich freue mich auf euch bis dann